13. Plattform Gesundheit. Herzlich Willkommen! Heilen und Lindern. Zwei Seiten einer Medaille. Was Akut- und Palliativmedizin voneinander lernen können. Der Wunsch ist so alt wie die Menschheit. Lebenslang gesund sein und am Ende seines Lebens schmerzfrei und in Würde sterben. Krankheit und Tod werden in unserer Gesellschaft deshalb gerne verdrängt. Doch wenn aus medizinischer Sicht keine Heilung mehr möglich ist, muss sich auch das Behandlungskonzept verändern. Jetzt geht es um Linderung der Schmerzen und Sicherung der Lebensqualität bis zuletzt. Der Fokus muss dann auf der Palliativmedizin liegen. Das primäre Ziel ist es nicht mehr, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern dem Tag mehr Leben. Die neue Sicht auf die Zukunft bedeutet Umdenken, Therapie nicht mehr um jeden Preis. Keine falschen Hoffnungen und unnötiges Leiden. Wie können Patienten am Ende ihres Lebens besser versorgt werden? Wer hilft Ärzten und Patienten, aber auch Pflegekräften und Angehörigen, gemeinsam das Unaussprechliche anzusprechen? Die Anfänge Schmerzlinderung und Sterbebegleitung gehören seit der Antike zum ärztlichen Handeln. Im 20. Jahrhundert gab es einen rasanten Fortschritt in der Hochleistungsmedizin. Der Sieg über viele tödliche Krankheiten schien greifbar. Alles war auf Heilung ausgerichtet. Die Aspekte Pflege und Linderung kamen erst spät wieder in das Bewusstsein der Akteure. Das erste moderne Hospiz wurde 1967 von der Britin Cicely Saunders ins Leben gerufen. Die Begründerin der modernen Hospizbewegung und Palliativmedizin trat für Nächstenliebe, Würde und Respekt in der Behandlung Todkranker ein. Die erste deutsche Palliativstation orientierte sich an dem englischen Vorbild. Sie entstand 1983 an der Uniklinik Köln, finanziert von der Deutschen Krebshilfe. Das erste eigenständige Hospiz folgte 1986 in Aachen. Erst in den 1990er Jahren etablierte sich die Palliativmedizin in Deutschland als eigenständiges medizinisches Feld. Fachgesellschaften gründeten sich. Die neue Disziplin fand 1997 Eingang in das Studium der Medizin, in die Ausbildung zur Pflege, bei Sozialarbeitern und Seelsorgern. Seit 2004 können sich Ärzte in der Palliativmedizin weiterbilden. Fünf Lehrstühle gibt es derzeit. Die Idee vom würdigen Sterben ist mittlerweile in der Gesellschaft angekommen, befördert auch von tausenden Freiwilligen, die Betroffene und ihre Angehörigen betreuen. Rund 300 Palliativstationen, 200 stationäre Hospize, 1300 ambulante Hospizdienste und 250 ambulante Spezialteams gibt es aktuell, nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Was muss getan werden, damit der Tod nicht mehr als Scheitern angesehen wird? Vielmehr als unausweichlicher Bestandteil des Lebens. Der gesetzliche Anspruch Wenn es um ihren Tod geht, sind sich die Deutschen einig. Sie wollen zu Hause sterben, gut gepflegt und ärztlich betreut. Doch nach wie vor wird mehrheitlich im Krankenhaus gestorben, wie die aktuelle Gießener Sterbestudie ausweist. 48 Prozent, also knapp die Hälfte der rund 890.000 Verstorbenen im Jahre 2013, verbrachten ihre letzten Tage im Krankenhaus. 39 Prozent in stationären Pflegeeinrichtungen, 3 Prozent wurden an ihrem Lebensende in Hospizeinrichtungen betreut und nur 10 Prozent starben zu Hause. Grundsätzlich hat jeder gesetzlich versicherte Anspruch auf Hospizleistungen. Doch der Versorgungsgrad unterscheidet sich in den Regionen sehr stark. Die Gesundheitsreform von 2007 unter Ulla Schmidt machte den Weg frei für eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Palliativteams sollten den sehnlichsten Wunsch vieler Schwerstkranker erfüllen, in den eigenen vier Wänden betreut zu werden. Doch die ursprüngliche Planung, vier Teams pro eine Million Einwohner bereitzustellen, wurde rasch zur Utopie. In Baden-Württemberg stehen rechnerisch 2,3 Teams pro eine Million Einwohner bereit, in Thüringen gerade mal 1,4 Teams. So weist es der Wegweiser Hospiz und Palliativversorgung aus, mit Zahlen vom August 2015. Die Palliativversorgung hat sich zwar stark verbessert, vor allem für onkologische Patienten, aber für andere unheilbar Kranke sind die Angebote immer noch rar. Was muss getan werden, damit die grundgesetzlich geschützten, gleichwertigen Lebensverhältnisse auch im Bereich der Palliativversorgung erreicht werden können? Die Zukunft Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe will mit seinem Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland Hospiz- und Palliativversorgung weiter stärken und ein flächendeckendes Angebot verwirklichen. Palliativmedizin bedeutet nicht mehr, so wie in ihren Anfängen, ausschließlich Behandlung am Lebensende. Sie kann auch schon viel früher einsetzen. Denn wissenschaftlich ist anerkannt, dass Patienten schon von einer palliativmedizinischen Mitbehandlung zu ihren onkologischen oder kardiologischen Therapien profitieren. Die Übergänge von kurativer zu palliativer Behandlung sind fließend. Die Ausweitung ambulanter und stationärer palliativmedizinischer Versorgungsstrukturen allein reicht nicht aus, um allen Menschen, die im Verlauf ihrer Erkrankung Palliativversorgung benötigen, gerecht zu werden. Dringend notwendig ist die Vernetzung der Strukturen, das Ineinandergreifen von kurativer und palliativer Medizin, von medizinischer und pflegerischer Versorgung, von ambulanten und stationären Strukturen. Heilen und lindern Zwei Seiten einer Medaille Was Akut- und Palliativmedizin voneinander lernen können